Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Montagsmeditation und heute habe ich eine Meditation für deine Weiblichkeit mitgebracht, denn Weiblichkeit bedeutet nicht nur gut auszusehen. Eine authentische Weiblichkeit entfaltet sich von innen nach außen und der Beginn ist einfach eine liebevolle, achtsame Beziehung zu dir selbst mit Respekt, Wertschätzung und bedingungsloser Liebe. Und viele Frauen haben sich von ihrem Körper und insbesondere auch von ihrer weiblichen Kraft, von ihrem weiblichen Kraftzentrum sehr weit entfernt. Wir leben unser Leben vorrangig aus dem Verstand heraus. Wir sind in erster Linie mit dem Denken verbunden und das führt zu einer tiefen inneren Unzufriedenheit, weil man sich von sich selbst innerlich getrennt fühlt. Und eine stabile weibliche Identität spendet einfach Kraft, gibt neue Energie. Und Weiblichkeit leben heißt, sich anzunehmen, wie man ist, mit all seinen Schattenseiten, mit all den Eigenschaften, die man eigentlich nicht mag. Und sich immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass unser Körper ein Wunder ist und dass gerade der Körper von uns Frauen Wunder hervorbringen kann, dass wir Kinder zur Welt bringen können. Und deswegen ist diese Montagsmeditation heute für dich und deine Weiblichkeit. Sorge dafür, dass du in den nächsten fünf bis zehn Minuten nicht gestört wirst. Lege oder setze dich bequem hin. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme jetzt einmal ganz tief in den Bauch ein. Halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen. Die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Lass deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Bleibe bei deinem Ein- und Ausatmen. Gehe zu einer Stelle an deinem Körper, an dem du den Atem gut spüren kannst. An deiner Nasenspitze, im Brustraum oder im Bauchraum. Und verfolge einfach nur das stetige Ein- und Ausatmen. Und bei jedem Ausatmen gibst du alles Negative ab. Bei jedem Ausatmen lässt du immer weiter los. Atme alle alten verbrauchten Energien aus. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Und loslassen. Tiefer sinken. Immer mehr bei dir selbst ankommen. Sollten Gedanken kommen, dann lasse sie wie Wolken vorüberziehen. Halte nicht an ihnen fest. Konzentriere dich dann einfach wieder auf deinen Atem und meine Stimme. Und mit dem nächsten Einatmen lenkst du deinen Aufmerksamkeit etwa eine Handbreit unter deinen Bauchnabel. Hier ist das Zentrum unserer Sinnlichkeit. Unsere Weiblichkeit. Und stelle dir jetzt in diesem Bereich eine Blütenknospe vor. Eine orangefarbene Blütenknospe. Und mit jedem Atemzug, den du nun tust, öffnet sich diese Blütenknospe immer weiter. Diese orangefarbene Blütenknospe öffnet sich immer weiter für dich. Wird größer und größer. Öffnet sich zu der wunderschönen Blume. Öffnet sich zu der wunderschönen Blume, die sie ist. Lass das vor deinem inneren Auge geschehen. Stell dir vor, wie eine Handbreit unter deinem Nabel eine orangefarbene Blüte. Und dann siehst du diese orangefarbene Blüte in voller Kraft, in voller Schönheit. Belasse sie dort und konzentriere dich jetzt auf meine Worte. Ich bin weiblich. Ich bin eine selbstbewusste, attraktive Frau. Ich habe einen wohlgeformten, wunderschönen, weiblichen Körper. Ich bin lebenswert. Jeden Tag werde ich weiblicher. Mein Körper ist schön, wie er ist. Ich bin mutig. Ich bin mutig, selbst wenn etwas schwierig zu sein scheint. Ich bin begehrenswert. Ich bin weiblich. Ich bin eine selbstbewusste, attraktive Frau. Ich habe einen wohlgeformten, wunderschönen, wunderschönen, weiblichen Körper. Ich bin liebenswert. Jeden Tag werde ich weiblicher. Mein Körper ist schön, wie er ist. Ich bin mutig, selbst wenn etwas schwierig zu sein scheint. Ich bin begehrenswert. Und nun verschließt sich deine orangefarbene Blüte wieder. Sieh, wie sie langsam wieder zur kleinen Knospe wird. Und lenke deine Aufmerksamkeit nun noch einmal auf deinen Atem. Aufs Ein- und Ausatmen. Spüre die Kraft. Spüre die weiblichen Energien, die nun in dir freigesetzt wurden. Und richte dich darauf ein, nun wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Lass die Geräusche deiner Umgebung wieder an dein Ohr dringen. Bewege deine Füße. Bewege deine Hände. Und atme nun noch einmal tief in den Bauch ein. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Und genießt für einen Moment noch das Gefühl der Entspannung. Wenn du gerne das Thema Weiblichkeit vertiefen möchtest, dann gibt es von mir einen Audiokurs zu diesem Thema. Den Link findest du wie üblich an der hier bekannten Stelle verlinkt. Oder du schreibst mir einfach eine Nachricht, wenn dich mein Audiokurs interessiert. Meine Audiokurse sind alle so aufgebaut, dass sie für Selbstlerner sind. Und du kannst selbst entscheiden, wie viel Zeit du investieren möchtest. Ob du dich täglich 10 Minuten hinsetzen möchtest und einen Teil des Kurses machen möchtest. Ob du dich ein bis zweimal die Woche für 15 bis 20 Minuten hinsetzen möchtest und dir Zeit nehmen möchtest. Ob du den Kurs in zwei Wochen durchgearbeitet hast oder erst in drei Monaten. Das ist völlig dir überlassen. Und dieser Kurs wird dir helfen, wieder an deine Kraft zu kommen, deine weibliche Kraft zu kommen. Wieder mehr Weiblichkeit in deinem Alltag zu leben. Ich hoffe, die Meditation hat dir wieder gefallen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis bald.